Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kommen die nächsten Deadpool Challenges raus, bzw. sind die nächsten Deadpool Challenges rausgekommen gerade eben. Hier hat sich das Ganze auch geupdatet. Vorher saß ja Deadpool da hinten auf der Toilette. Jetzt ist er hier vom Computer am Zocken. Um die Challenges zu sehen, muss man hier einfach einmal auf den Computer raufgehen. Wieder zwei Challenges, wie auch schon in den letzten Wochen. Die erste Challenge ist für den Deadpools Pempel. Dafür müssen wir einmal hier in die Hauptlobby gehen. Dann einmal auf der linken Seite zu den Agenten rein und dann auf Teen Tiny klicken. Die Challenges dazu sind ja auch gestern rausgekommen. Habe ich ein Video dazu gemacht. Müsste das vorletzte Video sein. Könnt ihr natürlich auch gerne auschecken. Dann einmal da raufklicken und dann hier unter der Lampe neben den Skizzen müsste sich der Pempel befinden. Dann einmal raufklicken. Dann habt ihr die Challenge und danach müsst ihr noch mal drei Toiletten zerstören. Das Ganze in irgendwelchen normalen Runden. Die findet man in so ziemlich jeder Stadt. Also egal ob Salty Springs, Lazy Lake, Slurpee Swamp oder wo auch immer. Überall sollte man irgendwo mal eine Toilette finden. Es sind auch nur drei Stück, die ihr braucht. Dann habt ihr auch schon wieder die Challenges für diese Woche. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Heute werden wir da die Hype Night spielen. Die erste Hype Night in dieser Season. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nachher auf dem Livestream-Channel wieder. Bis dahin. Bis dann. Bis dann.